. Wollt ihr recht, wer in mein Büro kommt? Ich glaube, es wird ein Server Room. Ah. Alles Gute zur Pensionierung! Wow! Eine Kreuzfahrt, das ist super! . Guten Morgen. Alles. Alles. Der Spiesswagen ist mit dem Zeh hinten. Ich habe gerade mal gearbeitet. Auf dieser Reise hätten wir uns wieder ein bisschen näher kommen. Wir sind doch nahe. Die ganze Zeit sind wir nahe. Mir ist ein bisschen schlecht. Peter? Du redest schon mehr mit Heinz als mit mir. Bleibst du noch? Ich bin erst 65, ich bin noch nicht 90. Gute Nacht. Du kriegst mich nicht mehr setzen. Du willst alles? We have to turn the ship. Calm down. I do not calm down. Reisen. Meine Leute lernen kennen. Ich will noch ein bisschen mehr von meinem Leben. Ich will noch einen kleinen Dramat. C'est comme ça, les relations. Wir sind 42 Jahre alt. Das gibst du jetzt nicht einfach hoch? Du willst doch abenteuer. Und überhaupt wie die pensioniert sind, sind die irgendwie so kaka? Alt werden ist halt nix für fein. Was machen wir nicht? Ich will noch mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.